So, hier ist die Ariane bei der SWR 1 Party und schwer getanzt schon? Jawohl, jawohl, ich schwitz, ich schwitz. Ich schwitz, aber ich hab nicht getanzt. Hier ist eine Sauhitz drin, oder? Jawohl, das stimmt, aber gut. Und du hörst auch zu Hause SWR 1? Nur. Was? Natürlich. SWR 3 ist doch besser. Ähm, nee. Nee? Okay, okay, okay. Und sonst, wie gefällt es hier in Rotal bei der Party? Wunderbar, wunderbar. Wie ist die Musik? Supi, Musik ist supi, Publikum ist gut, gut gemischt. Können wir öfters machen, so eine Party? Doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, perfekt. Wir machen die Grußbox, seine Grüße. Du darfst grüßen. Okay, also, ich grüße... Mein Mann, meine Kinder, den SSV, hör an, hör auf jeden Fall. Ja, das war's. Und meine beste Freundin, die Sandra, war die so... Oh, die interviewen wir auch noch. Sandra heißt sie. Jawohl. Sehr gut. Bis gleich.